Oh, ey, mir wächst hier alles über den Kopf. Ja? Was ist das denn? Mittlerer Schulabschluss? Elternunabhängiges BAföG gibt's auch? Perfekt. Ich hab keine Lust, hier noch ewig auf eine Beförderung zu warten. Ich bin weg hier. Ich bin weg hier. Berufsoberschule. Deine Möglichkeit, dich zu qualifizieren. Informiere dich bei deinem Oberstufenzentrum und melde dich rechtzeitig an. Ich bin weg hier. Untertitelung des ZDF, 2020